Verletzung gegen Kratien WM-Drama um Martin Strobel, der Spielmacher der deutschen Handballer verletzt sich in der WM-Hauptrunde gegen Kratien schwer, und muss ins Krankenhaus gebracht werden. Nationalspieler Martin Strobel fällt wegen einer Knieverletzung für den Rest der Handball-WM aus. Der 32 Jahre alte Spielmacher des Zweitligisten HBW Balingen-Wallstetten erlitt im Hauptrundenspiel gegen Kratien in der 9. Minute einen Innenbändriss und einen Kreuzbandriss im linken Knie, wie der DHB in der Nacht mitteilte. Noch während des Spiels musste er ins Krankenhaus transportiert werden. Es hat mich leider hart erwischt, teilte Strobel mit. Ich glaube an diese Mannschaft und wünsche den Jungs für das weitere Turnier, dass sie ihren Weg gehen. Die Verletzung war ohne Gegneranwirkung passiert. Strobel gehörte im bisherigen Turnierverlauf zu den Leistungsträgern im deutschen Team. Er gilt im Angriffsspiel als verlängerte Arm von Bundestrainer Christian Prokop. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team